So, willkommen zurück zu Donkey Kong Country 2, Diddy's Conquest. Ja, wir sind in der dritten Welt, vierten Welt, dritten Welt angekommen. Ich weiß gar nicht mehr, welche Welt ist es denn nun? Auf jeden Fall geht es jetzt hier weiter. Wir kommen zu einem Bienenwaben-Level. Komm, da geht es doch hoch, da ist doch ein Haken. Das sehe ich doch. Das finde ich immer so süß. Guck mal, wenn sie hier hinhängen, dann naschen sie immer vom Honig. Das hat es echt cool gemacht. So, ich glaube hier oben war auch noch was. Genau, oh, hat sie sich nicht festgehalten. Da klebt der Honig wohl nicht gut genug. Und hier müssen wir ein Bonus-Spiel haben. Genau, finde die Münze. Ähm, okay, wir finden mal die Münze. Die Zinger machen uns die Kisten kaputt. Die Kiste kaputt. Eine brauchen wir noch. Und da haben wir die Münze. Yay! 22 Münzen haben wir schon. Kurz mein Kissen richtig legen. So. Ich will ja auch vollquem hier sitzen, ne? Jetzt haben wir hier die Goodies wieder neu. Die holen wir uns, glaube ich, auch nochmal hin. Kann ja nicht schaden. So ein bisschen Leben fahren. Allzu viele haben wir ja noch nicht. Ich bin ja schon einige Male gestorben. So. Zinger. Machen wir es mal kaputt. Da oben können wir glaube ich auch noch hoch. Oder? Ne, doch nicht. Ich habe gedacht, weil da Bananen sind. Aber scheinbar doch nicht. Okay, hier werden wir hochkuchen von der Seite. Mal schauen, was wir hier haben. Die Bonus-Spiele hier kenne ich ja, wie gesagt, nicht so gut. Ganz schön viele, viele Bienen hier. Was bewacht sie denn da? Ich glaube, einen kleinen Eingang. Aber hier geht es auch noch hoch. Hier geht es aber nicht weiter. Oh, Leben. 30 Leben. Hei aus. Ich gehe lieber oben lang. Hier geht es wahrscheinlich auch hoch, ne? Okay, hier wäre es glaube ich runter. Vielleicht war unten auch noch was. Ich weiß nicht genau. Da haben wir aber noch einen Haken. Genau. Oh, das wird er auch. Unser Freund, die Spinne. Die einzige Spinne, die ich irgendwie ertragen kann. Die noch einigermaßen süß ist. Nein! Was machst du da? Nein! Nein! Ich will nicht. Ich glaube, ich kriege sie nicht wieder. Ich glaube, so groß ist die Hitbox hier nicht. Ne. Keine Chance. Ach, das ist aber ärgerlich. Ja, ich muss das mal kurz machen. Ich wäre da nicht mehr durchgekommen. So. Ui, ich dachte, ich lande jetzt. Wie kommen wir denn jetzt da weiter? Ähm. Ich gehe nochmal zurück und hole mir die Spinne. Kann ich gar nicht. Ach, nee. Aber hier, mein Fass. So, dann kann ich es aber wieder. Das war nämlich blöd gerade. So, jetzt muss ich ein bisschen besser aufpassen. Damit mir das nicht nochmal passiert. Okay, der möchte hier nicht so ganz so schießen, wie ich möchte. Stimmt, wir können auch die Netze spannen. Das machen wir jetzt auch. Damit wir irgendwie nach oben kommen. Rechts geht es weiter. Aber ich gucke mal hier links, ob wir noch was haben. Hier sind nämlich Banner. Ich brauche ja Leben. Ich kriege ja nicht so viele zusammen. Ui, das war knapp. Und da, die Bananen nehmen wir auch noch mit. Was schön ist, wir können ja auch die Diagonalen hier schießen. Oh. Oh, ein paar Bananen fehlen uns noch zum Leben. Noch drei. Yay. Ich glaube, hier ist was. Ähm. Ich weiß nicht, ist es gut hier? Keine Ahnung. Wir gehen mal ein Stückchen weiter. Ah, das ist die Dekaminze. Ich habe schon lange keine mehr gefunden. Fällt mir auch gerade auf. Okay, ich sammle viel zu viele Bananen hier gerade. Nachher falle ich immer und immer wieder runter. Aber Bananen könnten ja auch wichtig sein. Komm, das lassen wir jetzt mal. Und dann gehen wir mal wieder nach oben. Aber wir haben mal wieder eine Dekaminze. Schön. Aber uns fehlt das Buch. Soll ich nochmal runter? Oh, da bin ich zufrieden, wenn wir das Level einfach nur schaffen. Weil hinter Captain Hook hätte was sein können. Gucken wir mal hier oben. Weil hier haben wir noch ein Bonospiel. Immerhin das zweite Bonospiel gefunden. Dann war da wahrscheinlich nur ein Leben oder sowas hinter. Oder eine normale Münze. Okay, die kann man auch nur... Das ist ein Bonospiel hier. Kann man nur mit der Spinne machen. Sonst kommt man nicht hoch. So, 23 Münzen. Sehr schön, sehr schön. Nein, wer schießt nicht? Oh, das geht doch. Oh. Achso, hier muss ich direkt schnell weiter. Ach, Leute. Das darf doch jetzt nicht wahr sein, oder? Das fängt ja gut an in der Welt hier. Gucken, ob ich euch das gleich bis hierhin schneide. Gutes Bonospiel hatten wir auch schon. Jetzt wird er zum Glück gespeichert. Ich treffe das Ding auch nicht. Jetzt ist es aber gut hier, oder? Schon wieder verloren. Das ist nicht schön. Und das ist fast unmöglich, dann hier durchzukommen, sehe ich gerade. Ist schon eine große Hilfe, wenn er uns hier die ganzen Feinde kaputt schießt. Das hier ist ultraschwer jetzt. Nein, ich trau mich nicht. Hilfe. Mist. Mist, 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 Mist. Ja, gut, hier wäre Spinnenverbot. Ach, schade. Nochmal alle verloren. Kurz vom Ziel. Hier oben ist nichts, okay. Auch nur ein paar Bananen. Ja, ein paar Lehm könnte ich eher gebrauchen, ne? Ja. Aber zumindest jetzt endlich mal das Level geschafft. Ich hoffe, die anderen funktionieren etwas besser. So, kommt schon mein Lieblingslevel mit der Geisterbahn, mit der Achterbahn. Mal schauen. Ja, ein Level davon zumindest. Und ich mache natürlich Quatsch mit der Biene. Ey. Achso, das ist das Level, wo wir aus den Bagen rausspringen können. Okay. Ah, da oben ging es, glaube ich, auch nicht. Hier müssen wir mal an die Fässer springen, wo ein grüner Haken dran ist. Damit die Türen sich öffnen. Sonst haben wir ein Problem. Jetzt passt mein Hintergrund auch zu dem Level. Es ist einfach mein Lieblingslevel hier in dem Spiel. Also allgemein die Achterbahn-Level. Die sind richtig cool. Gut, da dürfen wir nicht gegenspringen, sonst geht das Tor zu. Bonus! Bonus, bonus, bonus! Und wir siegen alle Gegner. Oh. Ups. Können wir das nochmal machen? Das wollte ich nicht. Ich wusste nicht, dass er direkt schon weiter geht. Aber zumindest bis zum Checkpoint. Boah, boah. Ah, der wirft jetzt Fässer auf uns, ne? Hier gibt es auch noch ein Level, da liefert man sich ein echt cooles Rennen noch. Ich glaube, da muss man sogar Erster werden. Nein! Ach, ich wusste, das ist ein Ballon, deshalb springe ich da rein. Aber egal, direkt geschafft das Level. Das ist doch sehr schön. Ah, darum kommen wir jetzt natürlich nicht mehr dran. Leider kein Bonus mehr. Ah, ich habe ihn noch gehört. Mist. Jetzt kommt, glaube ich, wieder so ein Dornen-Level. Mega schöne Musik, mega schön gemacht. Aber nicht mehr ganz so einfach. Warte mal, dahinter ist was. Ich muss hier nochmal kurz gucken, was wir hier haben. Ein Fass. Okay, für das Karrer riskiere ich hier mein Leben. Ah, die sind echt schwer, die Level. Was? Wieso ist er denn so langsam? Und kann man vielleicht auch weiter? Ich weiß es nicht. Aber da man hier sofort tot ist. Okay, zurück kann ich nicht, sonst werde ich nochmal gucken. Oh, das ist einfach nicht so schön hier zu steuern. Nein. Die dunkle Biene kriegen wir natürlich nicht kaputt. Verstehe von. So, jetzt bitte noch ein Checkpoint. Hat er mich noch getroffen? Ich weiß nicht, wo ich landen muss. Ich habe es einfach zu lange nicht mehr gespielt. Verrückte, die Wellen hier. Da geht auch immer einen Ticken nach vorne, obwohl ich eigentlich hier jetzt nur noch oben und unten treufe. Das ist ein bisschen ärgerlich, das ist. Okay, kann ich auch oben lang? Ich will doch nur einen Checkpoint haben. Oben links, keine Ahnung. Oh, ich weiß nicht, dass ich hier jetzt auch oben einnehm bin. Oh, ich weiß nicht, dass ich hier jetzt auch alles oben einnehm bin. So. Jetzt hat er mich nicht erwischt. Gut. Checkpoint. Endlich. Ja, die brauchen wir auch hier. Ganz schön stachelig hier in den Level. Warte noch mal kurz. So, dann machen wir kaputt. Fallen hier runter? Natürlich nicht. Kann ich da runter? Kann ich hier runter? Ich weiß es nicht genau. Und nochmals raus. Ich weiß noch nicht genau, wo ich lang muss. Das ist enden. So, jetzt habe ich es. Ich denke mal, ich muss hier rechts weiter. Nein. Jetzt bin ich halt auf Pause gekommen. Egal. Nee, ich gehe durch. Ah. Schneller. Ich weiß, du musst gerade zwei Ochen tragen. Aber trotzdem schneller. Ah. Hilfe. Danke. Na ja. Jetzt habe ich nicht so. Juni. Ich weiß es. So, da müssen wir, glaube ich, ganz vorsichtig durch, damit er uns nicht trifft. Frank, noch einer? Oh, noch zwei, natürlich. Okay, Vogelverbot. Und das geht. Badaa! Ja! Und das nächste Level geschafft! Hey! So, funky Flügel wollen wir nicht. Wir machen das nächste Achterbahn-Gelsterbahn-Level. Da oben kann man hoch, das weiß ich. Ich sag doch, das weiß ich. Bonus! Oh, der Gegner zerstören. Wie soll ich denn alle zerstören? Tja, vielleicht soll die oben und unten sein. Was? Okay. Dann nicht. Spiel. Macht ja nichts. Ah, hier ist das Wettrennen, glaube ich. Und dann machen wir jetzt mal einen ganz einfachen Trick. Vollspeed! Platz 9. Jetzt nimmt man einen kleinen Speedboost. Obwohl es jetzt ultra schnell ist. Mist. Verkarrt. Ich darf nicht einfach springen. Nachher ist da keiner. Da gibt's doch kein Checkpoint in dem Level. Nein. Fuck you. Mist. Nochmal. Soll ich das nochmal probieren? Einmal will ich das mal probieren. Ach komm. Ich hab nämlich vielleicht eine Idee, wenn man es machen könnte. Jetzt hab ich die Banane verpasst. Nee, so auch nicht. Achso! Okay, es reicht doch so, wenn man nicht alle... Okay, okay, okay. Alles sehr gut. So, dann wollen wir nochmal. So, wir machen nochmal den Super Speedbooster hier. Okay, jetzt haben wir jetzt nochmal ein Leben reingeholt. Sehr gut. Hopp. Hopp. Jetzt bin ich nochmal auf Start gekommen. Mist. Egal. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht wieder raus. So, den haben wir. Platz 3. Das heißt, noch zwei sind vor uns. Boah, das war knapp. Stopp. Ja. Ja, wir haben den letzten. Jetzt darf ich noch nicht sterben. Ja, geschafft. Jojojojojojo. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Heiheihei. Ach nee, nur Banan. Egal. Wir können mal speichern. Weil hier ist der Speicherplatz viel zu früh gewesen. Sehr schön, 94%. Aber, ja, die Bonusspiele sind ja leider nicht alle gemacht. Von daher sind wir von den Leveln her vielleicht bei der Hälfte ungefähr. Kann schlecht schätzen. Doch, 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 da war richtig. So, weiter geht's. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Die Bellenparty. Die Bellenparty vorbei. Oh nein, der schleudert uns. Diese Dschungel-Levels sind immer fies hier. Jetzt habe ich beides falsch gemacht. Na super. Nein, das klappt nicht mehr. Gut, dass sie fliegen kann. Warte mal. Ich glaube, hier haben wir was. Hier sind Bananen oben. Okay, unverwundbar kalt, aber wir können trotzdem ins Wasser fallen. Aber wer wäre wahrscheinlich gerade das K drin gewesen? Mist. Bonus. Aber leider... Boah, da sieht gerade die ganzen Bonusspiele aus. Belltiming. Nein. Nein, er hat mich, er hat mich, er hat mich, er hat mich. Und er schleudert mich genau in die Biene. Wir haben eh schon das K nicht, also sind die anderen Buchstaben gerade egal. Was? Wieso springt sie nicht? Sie springt einfach nicht. So, jetzt aber. Jetzt mache ich's. Komm. Kann ja nicht so schwer sein hier, das Level. Mit den Sumpf-Leveln hatte ich schon immer so Probleme. Wieso auch immer. Wenn? So, jetzt müssen Sie rue, angehen. Oh, sexually. Joke. Nicht runterfallen, Kugel. So, Bonus, Bonus, Bonus. Immerhin. Immerhin Bonus. Was müssen wir machen? Volle geht, dann zerstören. Ach so, das war es schon. Okay, okay. Ich habe die Kugel trotzdem nochmal mitgenommen. Boah. Das war knapp. Hier hätte ich, ach okay, hier hätte ich aufs Fass springen müssen. Eine Banane, wie nett. Ach ja, das Geh bringt uns gar nichts. Hm. So, jetzt müssen wir es ohne Fliegen machen. Was haben wir denn hier oben? Ich glaube, die Fässer brauchen wir von dem. Ja. DK, ne? Boah, das ist fies hier. Wenn man hier die DK-Münze nicht kriegt, dann muss man das Level nochmal machen und immer und immer wieder probieren. Hier gehen wir noch nicht hin. Hier gehen wir jetzt hin. Rummy, rumbo. Habe ich mir jetzt kein Bienenlevel drunter vorgestellt. Aber okay. Nee, das lasse ich. Ich gehe lieber schön nach oben. Klapp, 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 klapp. Oh. Okay. Ich tausche mal lieber hier. Okay. Okay. Und die naschen wieder Honig. Ne, da geht's nicht hoch. Ich dachte, da geht's noch weiter. Aber scheinbar nicht. Aber jo. Theoretisch. Oh je, hier muss ich mal kurz warten. Und ab in das Fass. Und ab in die Biene. Habe ich schon ein Checkpoint gehabt? Ich hoffe. Da oben links ging's noch hoch. Wow. Ich hoffe, ich habe ein Checkpoint gehabt. Ich hoffe. Hier bin ich tot gegangen, ne? Gerade. Ja, ja, genau. Ich mache auch den gleichen Fehler wie eben. Checkpoint, da wäre er gewesen. Ach, nö. Ich mag den aber auch nicht. Was? Na gut. Wie kommen wir denn in die Kamen zu da? So, jetzt pass ich mal ein bisschen besser auf hier. Hier muss ich wahrscheinlich runter. Hier muss ich wahrscheinlich runter. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Bisher heißt es auch Rambi Rambi. Speedrun. Okay. Ist es gut, dass sie mich überholt hat? Ich hoffe. Ah, ich dachte, da kommt wieder der Luftballoge. Geil, der wird geschafft. Alles gut. Das ist keine gute Musik. Bossfight. Du, 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 du. Rastet sie nicht irgendwann? Ach ja. Ich dachte, irgendwann rastet sie. Also ausrasten. Fick you! Ich weiß gar nicht, wie oft ich ihn treffen muss. Ein Riesenzinger hier. Immer schön am Stachel treffen. Ich sehe sie nicht. Okay, zweimal, dann rastet sie raus. Blöde, blöde Biene. Blöde, blöde Biene. Ja, nochmal. Oben, oder wo bist du? So, jetzt rastet sie wieder raus. Mann! Mann! Mein Gott, welche Biene ist denn so schnell? Ich hoffe, jetzt nach dem sechsten Mal ist sie kaputt. Wenn ich sie dann treffe... Komm, ich habe doch getroffen. Sie ist immer noch nicht kaputt. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Ah, die sieht jetzt richtig fies aus. Ach, geschafft! Yes! Sehr schön! Wuhu!